Das kann nicht sein. Ich kenne hier jemanden, der uns vielleicht helfen könnte. Seid ihr dabei? Nein, wer? Das willst du nicht wissen. Hi, Mom. Benjamin! Ich möchte, dass du dir das ansiehst. Stößt er auf ein Geheimnis, mit dem er niemals gerechnet hätte. Es gibt ein Buch. Es enthält die Informationen, die sie brauchen. Das geheime Buch der Präsidenten. Eine Sammlung von Dokumenten, die nur für Präsidenten bestimmt sind. Die Wahrheit hinter dem Kennedy-Mord. Die fehlenden Minuten auf den Watergate-Tonbändern. Ist die Apollo wirklich auf dem Mond gelandet? Es enthält alle Geheimnisse unserer Nation. Ich muss das Präsidentenbuch sehen. Um es zu sehen, müssten sie schon zum Präsidenten gewählt werden. Ich werde ihn entführen. Ich werde den Präsidenten der Vereinigten Staaten entführen. Wäre es nicht einfacher, wenn wir uns einen Termin geben lassen? Code 1! Code 1! Geht's! Unterschätzen Sie nicht, wozu wir imstande sind. Jeder Hinweis führt Sie einen Schritt näher. Ein Brief von der Queen. Wir fahren zum Buckingham Palace. Was auch immer wir finden werden, wir müssen es vor Ihnen finden. Zu einer Entdeckung, für die die Menschheit noch nicht bereit ist. Das Vermächtnis des geheimen Buches. Sieh an, meine Steuergelder bei der Arbeit. Sie kommen, um mich zu verhaften. Sieh an, meine Steuergelder bei der Arbeit. Sieh an, meine Steuergelder bei der